hallo und herzlich willkommen hier zurück zu sudden strike 4 the pacific war dlc jetzt mit der dritten mission auf seiten der amerikaner schlacht um saipan und mein name ist natürlich der ad und ich freue mich dass er wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen wir schauen mal um was es dort geht und wie immer gilt wer das lesen möchte pausiert einfach mal kurz das video und liest sich das in ruhe durch wir machen wieder auf den normalen den einfachen schwierigkeitsgrad damit ich euch die mission auch ohne probleme zeigen kann und ja jetzt ist die frage was nehmen wir wir haben noch drei punkte zur verfügung wir könnten ja vielleicht mal aufsitzen sandsack deckung improvisierte panzerung oder ihm hier ist auch nicht schlecht verbesserte sprengladungen präzisionsschüsse um das wäre schön vier punkte können wir aber nicht nehmen tarnung verstärkte sandsackbunker ja ich weiß nicht was wir machen sollen was das problem rucksack lukenausgruck mit sich so gut wie gar nicht sprengladung panzer abwehrgranate raketenwerfer scharfschützen tnt ladung nebelkerzen vier punkte ach das ist so 2 5 und reparatur wäre vielleicht gar nicht so verkehrt armee lehrer ich weiß nicht wie die mission sich gestalten wird deswegen ach komm was soll's mal ganz kurz ne 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 wir machen es anders wir nehmen doch erstmal wieder chester w nimitz marine lehre haben drei punkte und die investiere ich jetzt in verbesserte sprengladung sowie nebelkerzen da haben wir zwei sachen ich denke mal das wird uns helfen wir gehen in die mission auf geht's an die front neutralisieren sie jedes japanische geschütz am strand damit unsere gepanzerten fahrzeuge sicher landen können nehmen sie mit der verstärkung die sie erhalten die zuckerfabrik in der nähe von chalan kanua ein zum schluss nehmen sie die funkstation westlich des susupee sees ein um japanische kommunikation zu verhindern auf geht's bin gespannt ob wir jetzt vielleicht sogar schon mal die schiffe irgendwie kommandieren können weil das ist ja auch ein neues feature in diesem dlc und ja mal gucken was uns jetzt erwartet wäre schon ganz cool wenn wir das machen könnten so er lädt er lädt schlacht um seipan juni 1944 kommandant ihre aufgabe wird an diesem großen tag darin bestehen die landungsoperationen an der küste von sapjan durchzuführen die japaner haben sich wie clevere maulwürfe eingebuddelt also seien sie auf alles gefasst ja super jetzt müssen sie noch unseren panzerdivisionen eine sichere landung bereiten also eliminieren sie alle feinde die für die flugzeugträger eine bedrohung darstellen könnten ei 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 uff zerstören sie die artillerie abwehr am strand na das wird ja ein spaß werden ähm guck mal mal erwartet oh wir haben bodenkampfflugzeuge aufkläger oh das ist ja geil artillerie abwehr können wir die vielleicht so wegfetzen ähm die frage ist schicken wir einen aufklärer hier hin vielleicht können wir die wegputzen warte mal einen moment nicht dass die uns da irgendwie wegfetzen machen wir erstmal eine sache frei würde ich sagen wo wir uns die nächsten annehmen aber ich muss aber ich muss gucken ob das ob die flugabwehr haben alles klar wir haben flugabwehr versuchen wir die erstmal weg zu pusten ich hoffe unsere kampfflugzeuge machen das wir haben noch zwei aufklärer komm schaffste komm puste den weg ok ein einen großen haben wir weg zweite haben wir auch weg sehr schön ich glaub wir können jetzt hier erstmal safe landen ok alles klar wir gehen vor marsch warum sind denn jetzt nur die ausgewählt ihr solltet alle dorthin wieso hat der achso ich wollte gerade sagen ok wir machen jetzt erstmal die haben wir weggenommen jetzt müssen wir noch da hinten die zwei weg holen machen wir auch mal gucken was wir hier haben moving sir affirmative got it oh 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 geht ja gut los die hier da ist ein stellt euch auf hier was macht ihr denn da Denkt ja gut an, ja? So, komm, was ist das denn hier? Achso, hier sind meine Jungs, Transportfunktion, äh, Dinger. Okay, alles klar, sehr gut. Gut, 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 gut. Warum die hier lang eiern, ist mein Rätsel. Alle Mann raus, okay. Da vorne ist ein Bunker. Da ist ein Bunker, was ist das denn hier? Amphibien, MTV, okay, das sind die. Ja, ihr geht mal ein bisschen vor, der Panzer hier, ein Panzer, das ist echt ein bisschen... ...hinlegen. Okay, gut. Oh, rein da. Mach' ihn mal kaputt hier, komm. Versuch jetzt grad mit denen. Weiter vorrücken. Ah, legt euch hin, komm. Okay, Jungs. Äh, Raketenwerfer nicht. Ich brauch' einen Mörder! Ready für die Krieg. Ja, Gernadier. Infantrie bereit? Infantrie, reporting für Dutie. Auf der Weg. Ich brauch' dich mal hier. Uiuiuiuiui. Da ist auch noch was, irgendwie. Jetzt kommen sie von der Seite, oder was? Jungs, lasst euch doch nicht abschießen, hier. Okay, alles klar, weiter in die Richtung. Wir haben aber auch kein... ...Reparaturfahrzeug, fällt mir grad mal so auf. Hier wird auch sein. Halt! Da waren Minen. Ich hab's genau gesehen. Okay. Alles klar, wir sollen weitergehen. Fahren wir auch. Marsch, marsch. Okay, der fährt leider nicht mehr. Das ist dumm. Kann irgendwer den abschleppen. Leider nein. Okay. Das ist natürlich doof. Hier ist irgendwo auch noch eine Mine, irgendwie. Wir machen uns mal weiter. Hier ist eine ganze Menge. Ich will mal Aufklärung betreiben. Copy Tower. Pionierspringladungen. Mal langsam vorrücken. Das versucht mich mir hier so ein bisschen... Da ist ein MG-Nest. Da ist die Artillerie. Was haben wir hier? Da ist auch noch irgendwas Großes. Okay, wartet mal kurz. Wir machen mal... Äh, was machen wir denn da? Weiter bewegen. Ah, genau. Macht mal das. Und jetzt... Macht mal ein bisschen Nebel. Im Nebel kann der vielleicht seine Sprengladung schmeißen. Was machst du denn doch nicht da? Das solltest du doch nicht wegmachen, du Idiot. Fällt mir ja gerade mal auf. Ah, ne. Die haben wir bewegt. Okay. Jungs. Nebel. Nebel, Nebel, Nebel. Ich brauche mehr Nebel. Das ist aber so ärgerlich, dass ich den nicht reparieren kann. Mehr Nebel. Schmeiß die. Ah, sehr gut. Mehr Nebel. Nebel. Die wissen gar nicht, wie denen geschieht. Macht mal alles mit Nebel. Na, der ist auch schon ziemlich... Wir sind bereit, Sir. Gehen, Sir. Eliminate sie. Eine weitere Bightfire auf der Target. Scheiß Minen. Ah, und gleich geht er hin. Sehr gut. Das funktioniert sehr gut. Ein bisschen vorwärts. Selbe Spielchen machen wir jetzt auch. Hinter anderem Geschichte. Ähm, Reparaturfahrzeug. Oh, sehr gut. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir das hier eventuell holen. Ich mache mal Aufklärer. Dann holen wir uns nämlich das Reparaturfahrzeug. Reparieren unseren, ähm... Amphibien-Dingsbums. Yes. Okay, warte mal, was haben wir denn hier noch? Die Jungs gehen mal vor. Yes. Robbt euch mal vor. Moving. Ah, 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 ah. Jaja, alles klar. Komm schon. Wieso sieht der uns? Komm, mach den weg, da. Ja, jetzt geht der weg. Drei, zwei, eins. So, ausgezeichnet. Wunderbar. So, Gennadier. Hol dir den mal. Den holen wir uns. Ah, da vorne haben wir welche. Hier ist irgendwo noch was. Okay, wir stellen mal MG auf, in die Richtung. Du fährst zurück. Machen wir mal wirklich taktisch jetzt. In der Hoffnung, dass der Strand jetzt auch safe ist, was Minen angeht. Dass wir den reparieren können. Jetzt haben sie unsere Aufklärer abgeschossen. Nicht schön, aber was willst du machen? So, reparier den. Die wäre nämlich schon wieder das nächste Ding gewesen. Mach den weg hier. Irgendwo ist hier noch eins. Sehe ich aber gerade nicht. Bewegung. Rückwärts. Jetzt müssen wir uns weiter vorroppen. Okay, wir haben den da. Wir gehen mal weiter hier hin. Infantrie, auf den Weg. Die bleiben hinten. Falls die von hinten irgendwie ankommen. Okay, hier wird repariert. Sehr schön. Da wird was sein. Und da ist auf jeden Fall was. Wir haben noch hier jede Menge Zeug. Oh, wir haben nur noch... Ich hoffe, wir haben noch ein paar mehr. Ja, okay. Pionierladung haben wir noch ein paar mehr. Ist in Ordnung. Bereit für die Krieg. Infantrie, auf den Weg. Wir gehen mal weiter robben, robben, robben. Sachte. Hier ist nur irgendwo einer. Na gut. Nebelkerzen. Nebelkerzen. Ah, okay. Mach mal dich da. Na komm. Junge, er robbt da. Okay, zurück. Rückziehe. Rückzug, 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 rückzug. Okay, rein ins Haus. Komm schon. Okay. Okay, Jungs. Weiter vorrücken. Auf geht's. Mach den kaputt. Sauber. Sauber. So geht das. Oh, 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 oh. Nebelkerze. Weiter, weiter, weiter. Komm. Ah, yeah, yeah, yeah. Got it. Okay. Kaputt machen, los. Granate. Mach hin, ne? Okay. Okay, der ist auch erledigt. Bewegung, Bewegung, rückzug. Lauter Minen und so. Ja, sehr gut. Scheiß Minen. Die hier liegen. Da ist noch einer. Ja, sehr gut. Das ist das nächste Reparaturfahrzeug. Ausgezeichnet. Wir bleiben mit dem da hinten. Gernadier. Hol dir den. Na, mach die weg. Wir robben uns jetzt weiter vor. Wo bist du denn, Besatzungsmitglied? Hol dir das mal. Na, mach die weg. Okay, Rückzug. Komm. Ihr habt das gerade sehr gut gemacht. Any order, Sir? Das könnte reichen. Wir robben mal weiter. Wir schauen mal, was da weiter ist. Destruction. Okay, da ist noch ein Reparaturfahrzeug. Okay. Sehr schön. Ah, das ist frei. Okay. Weiter geht's. Weiß natürlich nicht, was da ist. Gerade. Das ist ein bisschen tricky. Deswegen vorsichtig sein. Ähm, wo bist du denn, du? Stopp. Okay, rein. In den Bunker. Okay, jetzt geht's los. Jetzt kommen da Panzer oder was, weiß ich nicht, was an. Okay, Marsch, Marsch. Hey, Bunker. Hey. Sieht uns nicht. Wir gehen weiter. Da ist noch ein Bunker. Okay. Ach, dich mal kaputt hier. weiter. Weiter, komm. Oh, komm schon. Nehmt schafft da. Und komm schon. Du musst wohl doch nochmal eine Verstärkung holen, okay. Okay, wir gehen weiter vor. Ja, Sir? Komm schon! Gehen! Feuer! Oh, nicht! Komm schon! Kill'n! Schuhe sie! Na, Jungs, töte den! Auf der Weg! Komm schon! Ja, Sir! Wir haben schon. Panzerbrechen, äh, Panzerabwehrgranate. Okay, das war wohl der erste Part. Okay. Da ist noch ein Bunker, das ist aber nicht so wild. Sehr gut. Rückzug. Oh, jetzt können wir richtig bumm bumm machen, wie es aussieht. Hey, gefällt mir gut bisher. Da ist noch irgendwo was. Was haben wir denn da? Die wollen, die warten. Ähm. Mal gucken, was passiert, wenn wir die mal hinschicken. Oh, noch mal einmal. Okay, nehmen Sie die Zuckerfabrik ein, alles klar. Das sollen wir mal tun. Okay, alle Mann mal aufstehen. In die Transporter. Macht alles voll. Ah, komm. Kommen. Okay. Können wir nicht alle runterbringen. Hier mal gucken. Wir müssen jetzt die Fabrik einnehmen. So, okay, Jungs. Steht ja unter meiner Kontrolle. Warum die jetzt hier? Okay, weiter geht's. Das Ding hier ist irgendwie auch. Auf. Komm. Weiter geht's. Operiert mir das Teil mal. Was haben wir hier? Ladet mal aus. Was haben wir denn da? Amphibienpanzerfahrzeug. Satanflammenpanzer. Okay. Lass uns mal die ganzen Minen hier wegmachen. Moving, Sir. Infantrie moving. Noch eine Mine. Okay. Räuchert sie aus. Feuer. Er macht das weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Räuchert sie aus. Brennt sie weg. Das ist schon fies, ey. Aber gut, es funktioniert halt, ne? So, Jungs. Infantrie, auf den Weg. Wie sieht's ja aus mit dir hier? Du bist irgendwie, keine Ahnung was. Okay, wir gehen mit der Truppe weiter vor. Ja, Sir. Hier ist auf jeden Fall Action angesagt. Okay, macht das jetzt Platz? Ah, ausgezeichnet. Feuer! So, vielleicht können wir das Ding ja gleich bergen. Die Panzerabwehrkanone. Ah, okay, Jungs. Irgendwo ist hier noch was. Infantrie moving. Da. Kill'em! Okay. Infantrie moving. Vielleicht sollten wir durchaus hier durchgehen. Mit der zweiten Truppe. Wenn die Überlegung wer hat. Lass er mit der Truppe hier lang gehen. Ja. Und die mal auf. Holt euch das mal. Okay, können wir die mitnehmen? Können wir die abschnecken? Irgendwatt? Irgendwatt? Nein. Denen hier geht's auch nicht. Ach, ist das ärgerlich. Okay, Jungs. Ihr geht mal weiter gucken. Komm mal! Wir versuchen mal, die Zuckerfabrik weiter einzunehmen. Anni-Tank moving. Enemies. Okay, was ist das hier? Reparaturfahrzeuge? Jedenmenge Reparaturfahrzeuge. Okay, gehen wir mal weiter. Anni-Tank moving. Ähm. Wir sind bereit, Sir. Mach mal die Dings da weg. Die Mine. Überall Minen hier hingelegt. Die Ratten. Na, Jungs. Da ist was. Hustet sie weg. Oh, Panzerjäger Gold. Sehr geil. So, sehr gut. Weiter geht's. Wir gehen weiter. Ja, hier muss irgendwo noch eine Mine sein. Ich seh sie grad echt nicht. Irgendwo hier. Gut versteckt, das Ding. Musst mal aufpassen. Wollen ja nicht unbedingt da reineiern. Ja, Sir. Okay, wir gehen weiter. Komm, wir gehen weiter. Spannend. Legt euch hin. Schüttet sie. Ah, sehr gut. Das klappt ja wie am Schnürchen hier. Das ist ja richtig gefährlich, was wir hier machen. Ein richtig gefährlicher Trupp, ey. Bin ich gut. Ja. Weiter vorrücken. Ausgezeichnet. Der ist hinne. Jetzt geht die dritte Truppe weiter vor. Stopp. Inlegen. Oh. Ausgezeichnet. Einen haben wir weggeputzt. Okay, komm. Gut. Ausgezeichnet. Bisher haben wir alles im Griff. Läuft bisher gut. Da ist noch was. Schüttet sie. Wui. Mg-Nest. Ja. So, okay. Das haben wir auch. Bin sehr zufrieden. Das klappt richtig gut momentan. Okay. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe es. Okay. Die 1. Geht in die Richtung weiter. Okay. Weiter, weiter, weiter. Immer nur ein bisschen. Nicht zu viel. Machin-Gun. Wir wissen ja nie so richtig, was uns erwartet. Deswegen. Okay. Geht mal ein Stück vor. Stopp. Okay. Jetzt geht's los. Das ist schon jetzt ein bisschen mit Gewalt. Komm. Erbanieren. Ja. Okay. Haben wir auch anleidigt. Sehr geil. Weiter geht's. Flugabwehrgeschütz. Nimmt das mal ein. Ja. Geht. 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 Weiter vorrücken. Infantrie moving. Leute, was macht der denn hier? Börder. Geht. Mein Gott. Börder. Infantrie moving. Wegfindung. Jetzt, jetzt, jetzt sehen wir sie. Ready, Sir. Machine gun moving. Jetzt kommen, jetzt, 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 jetzt kommen sie. Enemy. Fire. Yes, Sir. Okay. Die Apagatrufahrzeuge sollten möglichst nicht vorne an der Front sein. Transport ready. Moving, Sir. Leukai. Fahr doch mal vor, Junge. We're ready, Sir. We're pinned down. Oh, Junge. We're ready, Sir. Ready, Sir. Got it. Yes, Sir. Attack. Anni-Tank moving. Mach die weg jetzt hier, komm. We're ready. We're ready. We're ready. We're ready. We're ready. Junge, Junge, Junge. Okay, wir werden repariert, das ist in Ordnung. Versorgungsfahrzeug. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So, alle waren fit. Weiter vorrücken. Oh, eine ganze Menge. Okay. Äh, was? Nachschubdepot. Ihre nächste Aufgabe ist es, die Funkstation in dem Gebiet einzunehmen. Berichten zufolge wird sie gut verteidigt. Also wäre ein direkter Angriff wohl nicht ratsam. Orders? On the way. Was ist denn hier los? Verstärkung eingetroffen. Ah, sehr gut. Flugabwehrgeschütz. Er ist in Ordnung. Er ist in Ordnung. Er ist in Ordnung. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, jetzt geht's los. Funkstationen hier hinten. Kommt nicht jede Menge. Wir sind bereit, Sir. Jede Menge Panzer. Das ist ordentlich. Infantrie, on the move. Ah, hier ist... Jetzt haben wir aber richtig viele Einheiten hier. Man lieber ja Gesangsverein. Infantrie, ready? Infantrie, on the move. Finde ich ja echt krass, ey, was jetzt abgeht. Okay, hier ist irgendwie noch ein Bunker. Ähm... Bam, 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 bam. Hier fehlt ein... ...ne Bedienung. Der ist fit, der ist fit. Was sind die Koordinatoren? Reportieren für duty. Hörst du auf! Okay, hier... Könnten wir eigentlich einen entbehren? Nee, doch nicht. Infantrie, ready? Ja, Sir. Ich habe es. Na, Jungs, was habt ihr hier? Was haben wir hier stehen? Reportieren für duty. Nehmt die Dinger mit, wenn ihr könnt. Ja? Warum schießt der denn nicht? Mal eine Frage. Reportieren für duty. Okay, geht nicht. Doch, jetzt geht's. Okay, hier fehlt einer. Seine Töter will ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Warum gehen wir nach dir? Gehe jetzt hier aus. Kannst du dich bewegen? Kann nicht abgeschleppt werden? Schlecht, 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 schlecht. Okay, ähm, alle entlassen. Ähm, Versorgungsfahrzeug. Hol dir das mal. So, okay, es geht weiter durch den Dschungel. Gucken wir, dass wir die alle verladen bekommen. Ähm, der ist auch voll. Der, da geht noch was. Versorgungsfahrzeug. Wo ist Rinder? Truck reporting for duty. Yes, sir. Versorgungsfahrzeug. Ready for battle. Come on. Reinder. Waiting orders. Orders? Mittlerer Panzer, Sherman, yeah, yeah. Vehicle is operational. Ready to attack. Orders? Okay, wir werden mal. Jetzt ist es wirklich eine echte Menge, was wir haben. Ist unglaublich. Hier sind auch noch welche. Was ist das denn? Nochmal Versorgungsfahrzeuge, Reparaturfahrzeuge. Yes, sir. Infanterieschütze. Hol dir das mal. Ready, sir. Infanterie on the move. Nehmen wir auch gleich noch mit. Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Ah, sehr gut. Ah, das Geschütz hier können wir nicht mitnehmen, ne? Die Kanone. Nein, die können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Wäre zu schade. Ah, verdammt. Ready, sir. Ready, sir. Okay. Erste Kompanie rückt etwas vor. Grundsweise verladet durch erstmal. Any orders, sir? Infanterie on the move. Befrech. Truck reporting for duty. Truck reporting for duty. Der Rest geht mir hier mit rein. Hey, die drei. Das gefällt mir grad nichts. Da hoppt einer. Target in sight. Ja, alles klar, die. Alle hier im Busch irgendwie. Dann gehen wir mit den Panzern durch. Dann hoppen die weg. Okay, der Bunker hier ist in Ordnung. Machen wir uns halt eine eigene Schneise. Okay, weiter. Da sind noch mehr drin. Feigenschweine. Okay, alle in den Laden. Hinterher. Hinterher. So, Marsch, Marsch. Reparier das mal. Vorsichtig. Ich hab schon nämlich schon gedacht, dass die Straße vermint ist. Aber wo ist mein Versorgungsfahrzeug? Komm schon! Truck reporting for duty. Shoot them! Ja, okay. Machen wir so weg. Truck reporting for duty. Ja, sicher. Okay, bringt euch erstmal ein bisschen in Sicherheit. Ich muss erstmal ein bisschen nachfüllen. Ähm, Versorgungsfahrzeug, da ist er. Okay, da ist ne Menge Zeugs. Truck reporting for duty. Ja, Sir. Truck reporting for duty. Ja? Apparaturfahrzeug. Okay, wir gehen mal mit denen hier ein bisschen weiter. Wir wissen was hier ist. Wenn die hier aufgefüllt werden. Eine ganze Menge Minen hier. Ja. Okay, macht mal die Minen hier weg. Infanterie, auf den Weg! Ja. So, hier ist noch ein einzelner. Luftlandeoffizier. Okay, hier ist auch noch einer. Und hier ist auch noch einer. 2 einzelnen Einheiten. Mach weg! Weg! Immer da rein! Nur für den Fall der Fälle. So, wie sieht's hier aus? Bist du... Ne, du bist immer noch nicht versorgt. Suppliertruck bereit? Suppliertruck bereit? Komm schon. So, tanken. Den hier auch noch, bitte. Ah. Okay. Ihr steht mal auf. Und geht weiter vor. Wir müssen uns hier weiter durchkämpfen. Ah, hier ist eine ganze Menge. Nehmen Sie die Funkstation ein. Hier sind lauter Bunker. Das ist nicht gut. Lauter Bunker. Plus eine Menge Urwald. Drüben ist auch noch ein Bunker. Gehen wir mal auf die andere Seite. Gucken, was da los ist. Infanterie, auf den Weg! Nichts, dass du uns da eine böse Überraschung erwartet. Aha. Aha. Halt mit den Beinen! Bunker! Halt mit Bunker! Halt mit Bunker! Halt mit den Beinen! putzen. Stark genug sind sie eigentlich. Okay. Hier hinten haben wir ja auch noch genug in Reserve. Sag ich mal. Die Jungs hier. Gehen weiter. Dann sein muss, robbe ich mich durch den ganzen Dschungel. Das ist mir egal. Dauert zwar vielleicht ein bisschen länger, aber es ist zumindest die sichere Taktik. Die gehen da weiter. Na, wir gehen. Gucken wir mal, dass wir das hier eventuell ohne Eisenbahnstrecke. So, dass wir das hier im Griff haben. Was haben wir denn hier? Ja, wie ein Erdloch. Nichts Banzai hier. Scheiß Erdlöcher, ganz ehrlich. Wirf mal die Granate, komm. Komm schon. Weiter vorrücken. Granate. 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 Meine Güte. Okay, wir werden mal Folgendes tun. Wir werden mal... Ja, moving. Transport ready. Transport ready. Rattofahrzeug. Wir machen auch noch ein paar Leutchen drin. Das Ding hier ist leer. Standardbesatzung. Okay, eins, zwei, drei, vier, raus. Oh, ihr geht weiter auf der Seite. Okay, ihr könnt für mich auch ruhig ein bisschen mehr. Hm, die hocken hier mit Sicherheit irgendwo. Stopp, runter. Ich weiß nicht, ob die Dinger besetzt sind, das ist das Problem. Okay, Jungs, ähm, jetzt folgendes. Kanone. Okay, ihr geht zu denen hier. Ich will die mal ein bisschen aufpushen. Mehr Einheiten nach vorne holen. Es sind ja auch noch welche, ich werde wahnsinnig. Komm schon. Was sind das hier für Gebäude? Jetzt bewegen sie sich. Alter, Walter. Wir gehen mal gucken. Ich trau dem Braten da nicht. Wir gehen mal gucken. Bingo Nächster Panzer Alles klar, weiter Furken Maschinengun moving Infanterie moving Infanterie reporting for duty Kill him! Fire! Jungs, der packt das Anti-Tank-Soldier reporting for duty Enemy Gute Jungs Shoot them! Infanterie ready! So Jungs, ihr bleibt da, ihr habt das gut gemacht Anti-Tank-Soldier reporting for duty Shoot them! Okay, jetzt ist da noch irgendwo was, genau Nächste Infanterie Macht den Weg frei Now ready, Sir Infanterie reporting for duty Infanterie moving Na, meine beiden Spezialanheiten Räumen Räumen hier das Feld frei Wollte ich grad sagen Da ist bestimmt auch noch ein Panzer Wir müssen versuchen Also ich will versuchen Von der Seite aus Ranz kommen Über die beiden Zugangswege Das heißt, wir müssen mal schauen Was uns da erwartet Was uns da erwartet Jetzt mal jetzt nur mit der Infanterie Na, ihr bewegt euch auch mal in die Richtung Und Jungs Ihr Ihr habt den Job da rüber zu gehen Attack! Ach Okay, sehr gut Hab der hervorragend gemacht Teilen das jetzt ein bisschen auf Machine Gunter, reporting for duty Wir haben ja gut, äh, zumindest schon mal die Links weg gemacht Stückchen weiter vor Stückchen weiter vor Gut Oh, oh Machine Gun, oiled and ready Okay, lassen wir den mal so wie er ist Infanterie ready Hier geht nochmal nach Darüber Und ihr seid Dafür zuständig Okay, hier robbt man ein Stückchen weiter vor Infanterie ready Wir wissen, was da ist Bingo Da oben ist was Großes Wir gehen weiter, gucken, was da ist Ah Ich würde gerne mit denen Infanterie weiter vorrücken Da oben ist was Infanterie reporting for duty Okay Okay, Jungs Ihr geht mal dahin Ich muss wissen, was da los ist Da sind mit Sicherheit wieder verminte Sachen Bingo Hab schon gesehen Hier, Min Drei Stück Gut Sehr gut Sehr gut Okay, stopp Stopp, stopp, stopp Äh, Jungs Ihr bleibt hier, das ist in Ordnung Okay Okay, ihr macht Kriegt euch mal dahin Artillerie ready Und ihr geht mal in die Richtung Infanterie on the move Leer, Leer Leer, Leer Leer Er hat noch ein paar Leutchen Hey, der hier ist ziemlich leer Ähm Reparaturfahrzeug Versorgungs Muss immer mit Bedacht gemacht werden So, hier ist noch eine Mine So, okay Infanterie reporting for duty Okay Gehen wir mal rein hier On the move Yes, Sir Destroying the target War fight the dust Fire Enemy destroyed Wow, 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 wow Machine gun moving Yes, machine gun moving Yes Yes Attack Any orders, Sir Okay, weiter Vorrücken Infanterie on the move Awaiting orders Fire Ja, jetzt rücken wir mit Rücken wir mit denen hier vor Hurry up Ja, sehr gut, das klappt ja Gun ready Moving Moving Okay, weiter geht's Moving Okay, hier ist das nächste Attack Yeah Fire at the target Gut, klappt Bleibt zurück, das ist in Ordnung Da ist der nächste Bunker, der auch besetzt ist Mach den weg Feuer auf der target Feuer auf der target Hostile unit spot Bum Attack Bum Feuer auf der target Feuer auf der target Ah, der gut kommt Destroying the target Gun ready Got it We're ready, Sir Yes, Sir Woah, 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 woah Woah, 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 woah Any orders, Sir Bullseye Fire at the target Destruction Genau Hey, wir rücken weiter vor jetzt Er kann ja nicht mehr so viel haben Theoretisch Okay, Sir. Infanterie geht. Oh, doch. Geht, Sir. Infanterie geht. Okay, da kommen die ersten. Okay, ihr geht da lang. Macht das weg hier, komm. Ja, Sir. So, Jungs, macht mal hier was. Ja, Sir. Holt euch mal den da. Das ist schon echt mies mit dem Feuer. Ja. Hast du jetzt wirklich schon eine Brechstange? Ja. Uh-oh. Uh-oh. Oh-oh. Okay. Infanterie geht. Infanterie geht. Geht, Sir. Ja. Was sind die Koordinaten? Komm schon. Geht, komm. Häftiger Gegenangriff. Ja. Fahrzeug ist operativ. Ja, Sir. Ja, Sir. Komm schon. Ready, Sir. Geht. Infanterie bereit. Transport bereit. Geht. Infanterie geht. Okay, Jungs. Ähm. Infanterie bereit. Infanterie, auf den Weg. Geht hier mal da rein. Ja, Sir. Holt euch mal bitte das Ding. Ja. Infanterie geht. Ja, komm, du gehst da auch noch rein. Ja, Sir. Holt ihr das Ding. Ja, Sir. Holt ihr das Ding. Fahrzeug ist operativ. Affirmativ. Wir sind bereit, Sir. Bereit, Sir. Ja. Verteilt euch mal ein bisschen. Fahrzeug ist operativ. Pulschen. Transport bereit. Wawater. Written. Wawater, Sir. Woops. Infanterie bereit. Infanterie auf dem Truck ... Reporten für Be Shake. Ja? Auf und. Wawater, Sir. Holt auf rein. Wawater? Infanterie gestartet. Wawater? Nou, marsch, marsch. Any orders, Sir. Transport bereit. Neun Sekunden. Ich hoffe, das wird nicht zu heftig. Okay, sie kommen von links. Oh, von da. Das ist ungünstig. Wenn jetzt das verschieden in Richtung kommen, ist das nicht gut. Ja, komm schon. Marsch, Marsch, Marsch. Eine Angriffswelle nähert sich von rechts. Okay. Von rechts. Bin gespannt, was da kommt. Panzerjäger, okay. Komm. 1A. Ah, noch sieben Wellen. Von da können bestimmt auch welche kommen. Verteilt euch mal ein bisschen mehr. Verteilt euch mal ein bisschen mehr. Ich sehe am Horizont noch mehr Feinde, die hierher unterwegs sind. Verteilt euch mal ein bisschen mehr. Das ist ja furchtbar. Infantrie, reporting for duty. Open fire. Fire at the target. Yes. Yes. Sehr gut, komm. Orders. I don't want to. Zurück. Yes. Come on. Ready, sir. Infantrie, ready for battle. Okay, weiter auf der linken Seite. Feuer! Komm schon. Yes. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Nicht, dass die von da aus kommen? Reporting for duty. Moving. Das wäre ein bisschen ungünstig. Hier ist auch noch einer. Komm, pack mal zusammen. Und ich sehe am Horizont noch mehr Feinde, die hierher unterwegs sind. Come on. Ich habe mich verstanden. Genau. Du sagst es, was immer du auch sagst. Okay, geh mal hier hinten hin. Yes. Yes. Nee, der Panten, das ist in Ordnung. Oh. Ich hoffe, das sind unsere. Ja, das sind unsere. Eigentlich. Oder? Ja. Ja, wirklich Verstärkung. Geil. Ach, hervorragend. Okay. Yes. Weiter geht's. Mach, 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 mach. Ja, ja, ja. Komm. Jetzt kommen die von da, oder was? Das ist ja alles. Das ist ja schlecht. Any orders, sir? Infantry. Sie kommen von links. Ja, von da. Yes, sir. Yes, sir. Soge. Kann ich bitte mal verpieseln, da? Hayokshiro. Any orders, sir? Ah. I'm badly wounded. Komm schon. Die wollen's jetzt wissen. Unser Zerstörer wartet auf Koordinaten. Oh, sehr gut. Ich sehe am Horizont noch mehr Feinde, die hierher unterwegs sind. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja, 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 ja! Ich sehe es auch. Okay, alles klar. Ich bin sicher. Infantry, die von Vor blandtum zu berühren. Aber ihr geht mal in die Richtung. Du bleibst da, das ist in Ordnung. Infanterie, reporting for duty. Moving, Sir. Hayokshiro. Aim. Kill him. Attack. Na, komm schon. Target destroyed. Waiting orders. Artillery, fire. Mann, 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 Mann. Ready, Sir. Infanterie, on the... Yes, Sir. I got it. Infanterie moving. Es sind lauter Sanitäter. Ich werde bekloppt, ey. Das kann es doch nicht sein. Ich glaube, es ist... Ich höre immer noch Schreie auf dem Hügel. Ich zähle 30, 40... Allmächtiger. Mehr als 100 Japaner kommen auf uns zu. Oh, oh. Durchhalten, Marines. Kämpft mit allem, was ihr habt. Orders? Ready to attack. Ready, Sir. Wo ist mein Versorgungsfahrzeug? Man, 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 man. Vehicle is operational. Yes? Wo ist mein Versorgungsfahrzeug? Schitte. Ah, hey, taffert da. Ready, Sir. Yes, Sir? Any orders, Sir? Affirmative. Ein großer Kampfgeist, Leute. Sie haben diesen verdanken Japanern gezeigt, aus welchem Holz US Marines geschnitzt sind. Alter Falter. Das war hart. Er hat nur zwei Sterne geholt. Schade. Aber ordentlich. 10. Juni 1944. 10. Juni 1944. Nachdem wir ein Jahr lang Inseln im Pazifik abgegrast haben, klopfen wir endlich an Japans Haustür. Unser Instruktionsoffizier drückte sich klar aus. Nehmt Saipan ein und die USA haben einen Stützpunkt, von dem aus wir Bombenangriffe aufs japanische Festland fliegen. Unser Angriff begann früh am Morgen mit einem Sperrfeuer unserer Schlachtschiff-Eskorte auf die japanische Verteidigung. Unter diesem Explosionshagel fuhren unsere Landungsschiffe los. Was für ein Anblick. Über 300 Boote auf See mit 8000 Marines an Bord. Die Japaner hießen uns am Strand herzlich willkommen. Stacheldraht, Geschützstellungen und eine verschanzte Infanterie versperrten uns den Weg. Nach vielen Stunden hatten wir den Weg freigeräumt und stießen nachmittags in das Dorf Schalan Kanoa vor. Es dauerte nicht lang, die Landebahn und Funkstation zu sichern und es schien, als wäre alles erledigt. Plötzlich griff uns die japanische Panzerwaffe an und wollte uns aus dem Dorf vertreiben. Unsere Jungs ließen sich das nicht bieten und konnten den Feind bei minimalen Verlusten zurückschlagen. MacArthur's Regeln für den Inselkrieg waren unser Schlüssel zum Sieg. Den Feind mit der Infanterie in Beschlag nehmen und den Druck nie abklingen lassen. Beide Marine-Divisionen leisteten starke Arbeit. Insgesamt lief der erste Kampftag ziemlich gut. Wir haben alle unsere Ziele erreicht und rechnen morgen mit Verstärkung. Auf dieser Insel muss noch sehr viel erobert werden und die Japaner haben gezeigt, dass noch viel Kampfgeist in ihnen steckt. Beim Morgengrauen stoßen wir zum Flugplatz Aslito vor. Wenn er gefallen ist, wird kein Ort in Japan vor unseren Bombern sicher sein. Ja, und wie die Kampagne weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen hinterlassen Däumchen. Gerne auch Kommentare, wenn ihr mögt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von der Gaming.TV. Bye, bye. Bye, bye. Das war's. Das war's.